Für unsere Familie war das letzte United Camp voll der Hit. Wir hatten voll viel Späßchen, unsere vier Kinder haben sich in den Pools ausgetobt am Strand und hatten eine geniale Befreuung. Wir als Eltern könnten relaxen, Aperol trinken, haben tolle Workshops besucht, neue Impulse für unsere Familie bekommen und freuen uns so richtig aufs nächste Mal. Als ich nach München gekommen bin, hatte ich ein Problem und zwar kannte ich niemanden. Doch als ich aus dem United Camp gefahren bin, sollte sich das ganz schnell erinnern. Ich hatte die Möglichkeit neue Leute kennenzulernen und eine Small Group zu finden. Gesagt getan, nach drei Monaten hatte ich eine Small Group und hatte meinen perfekten Einstieg in ICF München. eine Beschfehle. Ich glaube, es ist die Möglichkeit, die